Der neue Moldtrack von Hasco macht Ihre Produktion effizienter. Die intelligente Lösung lokalisiert Spritzgießwerkzeuge in Echtzeit und spart so die zeitraubende Suche. Ihr erster Schritt zu Moldtrack ist der Kontakt zu uns. Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit. Mit dem Grundriss Ihrer Fertigung bestimmen unsere Experten die Systemgröße. So erhalten Sie das perfekte Setup für eine nahtlose Werkzeugverfolgung, unter anderem die richtige Menge an Ankerpunkten. Die Anker fungieren als Satelliten für die Signale der Tracker. Schon nach kurzer Zeit ist die Auslegung abgeschlossen und Sie erhalten von uns eine Empfehlung für die Netzwerkstruktur sowie ein Angebot für die notwendige Hardware. Alles, was Sie als Basis benötigen, erhalten Sie im Moldtrack Starter-Paket. Einen vorkonfigurierten Mini-PC, einen Router, einen Switch, vier Anker und die ersten zwei Tracker. Dieses Starter-Paket kann eine Fläche von bis zu 400 Quadratmetern abdecken. Jeder weitere Anker fügt bis zu 200 Quadratmeter zusätzliche Fläche hinzu. So kann das System auf Ihre Fertigung maßgeschneidert werden und mit Ihrem Unternehmen wachsen. Sobald Sie Moldtrack erworben haben, können Sie mit der Installation der Netzwerkinfrastruktur beginnen. Lediglich das Verlegen von Netzwerkkabeln ist erforderlich, um die Anker über Ethernet mit Strom zu versorgen. Anschließend befestigen Sie diese flexibel per Verschraubung oder magnetisch an den vorher bestimmten Positionen. Bringen Sie die Moldtracker an Ihren Werkzeugen an. Von nun an haben Sie in Echtzeit volle Übersicht über Ihre Werkzeuge. Die Moldtrack Suit kann über alle Anzeigegeräte im gleichen Netzwerk aufgerufen werden. Mit Moldtrack behalten Sie stets den Überblick. Bei Fragen oder Herausforderungen helfen unsere Experten Ihnen, telefonisch und per Fernzugriff. Husko Moldtrack – Ihre Lösung für nahtlose Werkzeugverfolgung und maximale Effizienz. Kontaktieren Sie Ihren zuständigen technischen Verkäufer für umfassende Informationen.